War doch vorher noch eine Ampel oder nicht? Ja, wir haben zwei Ampel. Und der zweiten Ampel recht, oder was? Ja, das haben sie jetzt nicht. Jetzt müssen wir ja hier vorlesen. Das war das Moment der letzte... Die gelben Sech, die gelben Sech. Nachdem Sie das Chir. Nachdem wir jetzt sehen, wir sind ja heute. Nachdem wir die Hütte und die Hütte nennen. Jetzt sind wir in dem Moment wieder einer ins Bild fahren, ne? Oder ist das Kino? Jetzt geht's. Ja, aber jetzt sind sie gerade nicht gesehen. Die anderen sind so. Nein, von meiner Sicht auch nicht. Ja, schon. Jetzt ist es noch etwas Hippes. Bist du mit dem Moment? Wir haben in den Moment einer Nachmittag. Das ist schon so. Wir haben hier heute noch eine Situation. Wir brauchen hier eine, andere eine Nachmittag. Wir brauchen eine Nachmittag. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020